I can box you now Woah, je suis de best of, de best of, de best of Okay, wir nehmen wieder den gleichen Stein und Marble You got me intoxicated Ja Warum benehmt ihr euch eigentlich bei meiner Aufnahme so? Schämt euch ganz ehrlich, was soll ich mit euch nur machen? Oh fuck der stinkt, yalla digga Ohhhh, meine Nase ey Meine Nase Oh, deine Nase Oh, meine Nase Meine Nase ist so terribly disgustig Disgusted Oh nein, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch Oh nein Redstone 18 Redstone again Kann um Redstone eigentlich reden, weil Red, Redstein Okay, der war schlecht Okay Nein, nein, ich hab die Mitte verloren Und das musste ich mir den ganzen Tag antun mit denen But Love is in the air Nanananana Ich hab grad anstatt meines Gleiters den Backpack aufgemacht Has das alles gemacht Ich dachte du hättest irgendwo dran genuckelt No response Mmh KW Okay, wir beherrschen das jetzt für paar Minuten Schwach Muss ich jetzt ernsthaft zählen? Was zu zählen? Was in die Mitte? dass sie ernst auf die mitte verloren doch habe ich den duff in stein genommen bestehen den habe ich in der hund bild als maul als maul was schlimm ist das hört man sogar noch unser hund nicht das geile ist gestern mein vater meinte so kennst du schon bubble nicht immer so ja das ist so ein sprachenlern dienst im internet aber nein das ist einfach der neue hund von unseren nachbarn warum nennen wir seinen hund bitte bubble so damit der hund nicht mehr bellt habe ich jetzt mal scheiß tür zugemacht la 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 was in dir steine kann man wohl auch nehmen man kann doch nicht machen wir haben kein grow stone dust vor allem alle machen was zusammen außer lenny also mit alle meine ich mich und flash ja ich muss halt meinen scheiß machen das einzige was du musst ist sterben das muss jeder hast du jetzt die mitte rausgefunden ja da wo die landmark steht man wegen dir hebe ich alles auf 8, 9, 10, 11 Wand 1, 2, 3, 4, 5 ba 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 3 was ist das denn hier denn auch hat cremare errogenen gemacht attainment hunter Ih bestimmt so we need to go deeper aber Oh, ja, ich hab die ETA gelesen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf, okay. Da hat irgendwer gerufen. Lenny. Ha, du musst jetzt zur Schule. Das ist ja schon scheiße, wenn man zur Schule musste. Musst du nicht noch tiefer? Ja, ich muss noch very much tiefer. Oh, guck mal hier, Messerquartz. Was ist? Messerquartz. Ja, es bleibt auch drinnen. Sonst bringst du es mit. Ich bin ja gerade Messer, ist ja schon aufgefallen, oder? Ne. Also theoretisch möchte ich so tief. Okay, theoretisch. Praktisch brauchst du vorne eine Fensterscheibe, nein, ne? Ja, wozu denn bitte? Okay, also auch keine Tanks mehr. Also mach ich zu. Normalerweise kann ich ja zumachen, oder nicht? Ja, ja, klar. Warum nicht? Talks ja nothing against it, ne? Du brauchst ja eigentlich nur, äh, Conveyor-Builds. Jo. Davon müssten, können wir welche auf jeden Fall machen. Was brauchen wir denn, Eisen, Wabba, und gehen nicht wieder sterben? Eisen und, ja, das ist, ne, das ist nur, weil ich mich, äh, weil meine Lebenspunkte le- also weil mein, mein Blut leer ist. Klar. Ja. Oh, guck mal, Messerquartz. Guck mal. Ja. Mehr Messerquartz. Was, Messerquartz? Und so ne komische Note, die Schaden macht, weißt du nicht gerade, wie die heißen. Ich möchte gerade irgendwie einen schnelleren Hammer haben. Willst du meinen haben? Was hast du für einen? Äh, ein Alomite. Alomite mit Haste 2. Ich hab einfach irgendwas, was schneller ist, als das, was ich habe. Fuck. Au. Sch, 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 sch. Ja. Ich hab auch noch die Tränke, diese Haste-Tränke von Centos. Nee, brauch ich nicht. Okay. So lange brauch ich nicht mit dem Hammer. Ja, der ist schon etwas besser. Ich wollte halt ein- Ich wollte halt noch einen fetteren bauen. Brauchst du wieder so ein Loch mit Convair- Ach, ja, mit den Convair-Bilds, ja, ne? Ja, ja, das mach ich schon, wie ich das haben wollte. Na gut. Was brauchst du denn, ein Autospauner oder ein Spawner? Das ist mir völlig egal. Braucht nur irgendwas, das Mobs auskackt. Ja, gucken wir mal, was wir finden. Da lässt sich schon was finden. Boah. Also praktisch, die sind ja ein Autospauner mit, äh, Villager oder so. Ja, die lassen, ich weiß nicht, warte mal, haben wir noch eine Gast hier? Ah, ne, wir haben die nur die eine. Äh, den einen Gast da, ne? Äh, ja, ja. Kannst du den vielleicht mit Spawn Exec Copy spawnen? Das weiß ich nicht. Weil du kannst ja auch Wither Skelette mit Spawn Exec Copy spawnen. Nein, ich hab keinen Cobblestorm mehr. Ist ja ein tolles Problem. Ja, das Problem ist, weil ich hier oben bin. Deswegen würde ich mich da eher drüber freuen. Ach nein. Scheiße. Welt geht unter. Dreimal. Jeden Tag. Mal am Wochenende. Kann natürlich jetzt sein, dass... So many bad. Unten Mobs spawnen bei dir. Mir scheißegal. Ich hab mein Bounce-Sort dabei. Die sind eh alle one-heat. Dreimal. Dreimal. Wenn ich kein Blut mehr hab, aber dann tu ich mir bei jedem Schlag wie. So. Ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt hol ich mir eben noch. Köble ist down. Köble ist down. Köble. Köble. Und dieser Regen, ne? Ja, ist echt dezentig nervig, ne? Ist richtig... You can only sleep at night. Ist richtig nervig. Also, muss man schon sagen. Oh, lege 1.99 move. Wrongly. Lenny hackt. Steht in der Konsole. Konsole lügt nie. Das Ding kommt mir... Irgendwie... Hä? 2. Ich verstehe das nicht. Das 1. Deiner kommt mir irgendwie kleiner vor als mein. Ja. Dein was? Spawner hier. Spawnraum. Weiß ich nicht. Ich hab den doch genau abgesteckt. Wir haben mit zwei Spawner nebeneinander. Ja und? So, wenn wir nur effektiv genug genutzt. Ja. Voll gut. Was ist denn das Problem? Gibt es kein Problem? Oh, ich höre so komische Kirchenmusik an. Ja. Nein, das ist die Mitte. Du höchst religiöser Mensch bist du auf jeden Fall. Nee. So. Wenn der Regen gleich nicht aufhört, kacke ich den ins Gesicht. Lenny, hast du da drüben ein Bett bei dir? Nein. Ja, dann besorgt der uns. Soll ich eben rauskommen? Nee, nee. Es ist noch nicht dunkel genug. Welchen Block hab ich denn genutzt, den da? Nein. Hm? Also jetzt kommt so ne Virenmeldung. Das Autowandprogramm funktioniert nicht. Ja, schön. Das kann ich immer dann, wenn ich aufnehme. Scheiß ist das doch hier. Ich habe ein Nitor gemacht. Nitor. Schön. Nitor habe ich schon seit drei Wochen in Blood Magic. Damals habe ich schon gesagt, ich habe ein AA gemacht. Siehst du, guck mal, wenn ich AA sage, dann hört es auf zu regnen. Ja, gut. So. Backpack. Nichts frei, war klar. Macht so. So, ich plane direkt schon so groß, wie ich später brauche. Aua. Okay, Lenny tut wieder ein auf Behindert. Ja, ja. Ist doch klar. Naja, das würde ich jetzt nicht behaupten, ob das so klar bei dir ist. Oh, Query, 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 Emerald is what I need. I need an Emerald, an Emerald. Er hat noch ein bisschen Platz. So, du hast schon XP rausgenommen. Ich wundere mich, warum der Tank so leer ist. Ich weiß nicht, warum ich es weiß nicht. Lieblingsbannball hat ja noch ein bisschen Lateral ist das. Ich simply kenne jetzt aus.